hi freunde und willkommen zum zweiten teil von meinem guide let's play the witcher 3 wild hunt und zwar noch zwei teile einer verbesserten legendären ausrüstung und zwar zeige ich den ort der karte wir befinden uns hier immer noch in wählen in der nähe von kleinweg ich spiele das ganze auf todesmarsch und deswegen auch verbesserte legendäre bärenrüstung also falls ihr die mal sucht und wisst ihr gleich wo ihr sie finden könnt ihr geht dann hier runter hier an der stelle wenn ihr kommt von da also von oben und müsst dann ein paar geister erledigen ich glaube das war ein level 52 geht dann hier zu diesem drunnen wird durch ein x angezeigt da befindet sich kleine truhe drin und hier ist das schema für meisterlich gefertigte wolfsrüstung schema und einmal für das meisterlich gefertigte legendäre wolfsrüstung viel spaß damit wenn es euch gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen wir sehen uns bis dann schau